So, komm, du geile Sau. Ich bin am Kacken. Hattest du eigentlich gekauft, als Christian dich entdeckt hatte? Nee, ich wollte tatsächlich auf jemanden warten, um den wegzuschroten. Und dann war ich gerade so in Gedanken und dann kommt Christian und dachte mir, kannst du doch nicht machen. Und dann hat er mich trotzdem weggebrochen. Ich war nicht im Menü in dem Moment. Das war einfach scheiße. Tut mir leid, Bram, aber du hast ihn ganz schön in die Kugel geworfen. Aber ich hab zwei weggemacht. Ich hab wenigstens zwei weggemacht. Ja, das stimmt. Jay ist Traitor. Mach ihn. Ja, Peter, mach ihn. Peter ist Traitor, will mich machen. Peter ist es. Peter ist es. Peter ist tot. Wartet. Peter ist tot und ist Traitor. Siehste? Ich bin's nicht. Peter hat richtig hart genug. Wo ist denn deine Leiche hingeflogen? Haben wir das jetzt endlich durch? Bin ich jetzt wieder irgendwo? Ja, Dalu hat irgendwas weggemacht. Nein, ich hab nicht irgendwas weggemacht. Bram hat was weggemacht. Nicht ich. Was macht ihr denn? Und zwar eine Melode hat er weggemacht. Sorry, Christian. Sorry. Warum? Er ist auch Traitor. Alter, was macht ihr denn? Das war nicht so schlimm, Seth. Was ist cool. Wer ist denn jetzt Traitor von denen? Nein. Nein, das ist gelungen. Nein, das ist der richtige Traitor. Ich geh da... Was ist denn hier falsch gerade? Weiß nicht, was da passiert ist. Tut mir leid, liebe Zuschauer. Boah, ich hab keine Ahnung, was da abgegangen ist bei denen. Dum 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 dum. Oh nein. Oh Gott, ich hab dich mal gesehen. Du scheiß dunkle Mappkack, ey. Sehr gute Runde, Christian. Bram ist so geil geflogen. Dalu, wieso hast du denn... Ich hab Bram nicht weggemacht. Die ganze Zeit so getan, als wenn du ihn weggemacht hast. Nein, Bram ist auf mich zugelaufen. Und zwischen uns lag wohl eine Melode. Und Bram ist mir dann mit 1000 km an gegen geflogen. Warum hast du das denn nicht erklärt? Oh Mann. Das war... Mein Friendship-Hack. Das wäre doch nie die schöne Decke gewesen. Weggeflogen. Oh nein, er ist ein... Oh, du willst doch jetzt nur nicht überreden. Nein, nein, nein. Ich mach das. Ich mach das auch. Oh Gott, was? Bram! Bram war das. Sorry, das war geil. Ich hab die... Ich hab die Insta auf... Und der jump dazwischen. Sepp oder Peter... Oh nein, Sepp, Peter oder Bram. Der Inno von euch kann die anderen beiden nehmen. Das stimmt. Das kann nicht wahr sein. Ey, was ist denn heute los? Das war voll nice mit der dazwischen gesprungen. Was war das denn jetzt bitte? Was war das denn jetzt bitte? Das war so witzig. Ich war ja ernst. Die Plasma kommt fliegen und setzt fängt hier. Oh, der Dazwischen mit Peter, ey. Gerade im Fahrstuhl. Aha! Oh, Pelone! Oh, Pelone! Irgendwer hat es auf Peter abgesehen. Okay, Dado hat Peter weggemacht. Nein, ich war nicht. Die lag oben. Bram war das übrigens. Bram. Wie, wie, ich war das? Was? Ich war das nicht. Und wieso hast du Peter da überhaupt reingesteckt? Weil wir keinen Date haben, der ihn wiederbeleben kann. Oh nein, Christian hat mich vergiftet. Bram. J liegt hier tot. J liegt hier tot. Hey! Kalo auch. Was ist hier passiert? J liegt hier tot. Nee, auch nicht. So, Bram. Du geile Sau. Ich bin am Kacken. Okay, das heißt es sind jetzt Christi... Moment, du bist es nicht, Jay? Das kann ich mir doch irgendwie nicht vorstellen. Christian, Christian, Christian hat Mellen auf mich geschossen. Christian und Peter. Boah, der hat gesessen. Was sind die, die geklickt? Nein. Oh. Jawoll! Nice. Oh, oh, what? Was ist bei Christian passiert? Er ist runtergefallen. Ich hab den Sprung auf den Baum nicht geschafft. Das war geil. Das ist ohrweit gewesen. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Hab ich auch nur im Hintergrund gesehen, ja. Klatsch. Voll geil. Ey, sind die nicht immer grün? Nein. Bram! Bram, komm für mich zu holen! Rot. Bram, was soll dat? Hallo, du bist immer noch hier unten. Rot? Wenn du Traitor bist, wird dein Fahnenkleust los. Ich dachte, was? Du sollst das verstellen und wolltest dir helfen? Was soll dat, Bram? Ja, das hab ich ja auch gehofft, Christian. Du warst ja doch gar nicht. Genau da war ich, du Bitch. Du warst von der anderen Seite, bist du nachgekommen. Von dem Haus. Nein! Hier! Genau hier! Hier war ich! Ja und hier bin ich! Geh weg! Ich war zuerst hier! Deine Mutter war zuerst hier! Ich geh mal weg! Ja, alles cool. Komm da gleich rein und ficken uns beide Bram. Ja, ich weiß, es ist halt auch schon gekommen. Sonst bin ich weg. Ich glaub, Bram fick dich. Glaubt ihr nicht. Da bist du! Oh shit! Oh shit! Was ist denn da? Da ist in die Lava gerannt. Alles gut. Pin hat mich gekillt. Nein! Oh, ich darf nix mehr sagen. Lol! Hier fliegen Creeper-Köpfe umher. Pin hab ich umgehauen. Alter, komm gleich kommt da. Bist du dat? Ich bin dat nicht! Du bist dat doch! Ich bin dat nicht! Ich hab sogar gesagt grün! Du betrachst mich das schon wieder. Das ist immer grün! Nein, ich beschränke dich nicht! Das ist immer grün! Baby von oben. Baby von oben. Oben bei dem Teleporter. Guck mal, Bro, das kann ich nicht gewesen sein. Nein, das kann ich nicht gewesen sein. Aber du kannst ja trotzdem noch gewesen sein. Der andere. Ja, ich weiß! Ich guck schon! Guck mal, ich bin der einzige, der dich wahren kann, wenn jemand durch diese... Da ist jemand doch! Da unten ist einer! Jason! Hey, was schießt ihr? Wollt ihr nicht? Nein, ich schießt ein Bein auf! Alter, die hab ich ja frei runtergeschossen! What the shit! Alter, ich glaub weins! Genau, du hast dich verdient, ey. Bist euch verarscht! So und nicht anders. Wann ist es denn falsch bei euch? Könntest du bitte nicht hier reinkommen. Ich wusste nicht, dass ich da nicht rein darf! Wir haben nichts auf die Pisser! War aber auch ohne Absprache! Alter, die hab ich halt... Moment, Daniel, du bist aber... Ne, Moment, auf dich ist geschossen worden. Auf dich wurde das Baby geschossen, nicht auf mich. Ich bin nur festgehalten. Ja, ich bin runtergesprungen! Und nur Sepp war auch! Guck einfach in meine Richtung! Ist gut! Ich sag dir wieder Bescheid, wenn du da reinkommst! Das könnte Sepp gewesen sein! Dann können wir uns gut fühlen! Ja, ne 3 auf 2! Ja, aber ihr hattet schon so niedergeschossen damit! Ihr habt einfach einfach direkt... High five! Das hat mir das immer gut gemacht, ey! Ja, high five! Das war voll badass, ey! Schon hier ausgeflippt ist, ey! Jetzt hat die Runde gelaufen quasi! Boah, Alter, der kommt ja hier rein! Du kassest ja direkt! Was soll man da machen? Und drittst du dann wieder um, wo ich geh? Das war echt ne super witzige Runde! Wir haben uns die ganze Zeit nicht getraut! Bis zum Ende hab ich dir nicht getraut! Mit dem Baby-Launcher! Ich steh hinter dem Portal! Nicht durchgehen! Will ich keine Granate reinschmeißen! Ich weiß überhaupt nicht, wer noch außerhalb... Alter! Ja, Bram! Oh Gott! Ich bin grad reingekommen! Ich bin wieder rausgegangen! Ja, toll! Hast du schon mal irgendwie ne Möglichkeit gehabt, nen Trailer zu holen, der in dem Drecksportal drinnen kämmt? Nicht wirklich, aber sind... Warte mal, du verarschst mich wieder, oder? Verarsch dich nicht! Wer sind die beiden Bösen dann? Dalu kann und Bram! Dalu wird verzwitschen! Du arg... Wie du geflogen bist, Junge! Quer durch Traune! War nice! Wird der Bram da an! Wenn Jay da nicht mitbekommen hat, dass der mich einfach weggerotzt hat, das war auch geil. Das war auch nice, was der steht so einen halben Meter vor Jay, fliegt die Leiche durch den Raum. Ich hab nix gehört. Jay sagt nix. Ich hab große Angst. Aber wo kommt der? Ich bin so gut wie da. Ey, da, du. Pass mal auf. Ja, ich pass auf. Wuhu! Was ist denn? Home Run! War lustig. Ja, weil's auf der Map, also auf der Version gibt's da einfach ne Leiter. Ich hätte gar nicht rumfliegen müssen. Nein, ich bin tot! Dalu ist es! So ein Quatsch, warum? Er ist einfach vom Haus, er ist vom Haus gefallen. Wahrscheinlich war's der andere Traitor und hat jetzt noch beim Fall sein... Dalu gesagt. Warum ich jetzt? Da ist gerade Christian gestorben. Rechts, äh... Okay, das war nicht Dalu. Dalu schießt aber auf mich. Nein. Woher wir jetzt was gesehen haben. Dalu schießt auf mich. Du hast grad in ne andere Richtung geguckt. Ich hab das gespürt! Kannst du nicht gewusst haben. Bram bist du da drin? Nein. Bram ist tot. Ich weiß, ich bin der letzte Gute, ne? Ja, du bist ja letztlich eh nur... Ob du das gut bist oder nicht, das war... Guck erstmal ein bisschen Info-Werbung hier. Alter! Ach du, ich war ne Taube. Okay. Möglicherweise hab ich gerade, weil ich runtergefallen bin, einfach zum Treuen... ...Rentum... 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 Du hast ne Feuerbestattung bei Peter. Ey! Also mach den anderen Traitor bitte weg! Loh! Nein! Ich hab gedacht, den war raus! Das war ein Reflex-Kuss! Schau! Das ist sehr nett von dem Kuss. Nein! Nice assist, boy! Ich bin rausgekommen auf den... Ich hab direkt geschossen. Ach, das darf nicht sein! Dieser Scheiß-Taube, ey! Alter Vater, ey! Aber ich fand das so geil, wie Christian im Raum drin ist, hinter ihm die ganze Zeit... Tür auf, Tür zu! Tür auf, Tür zu! Christian, guck nicht einmal auf diese Tür! Ey, ich hab mich auch gewundert, warum denn nicht das einmal bemerkt... Alles cool! Alles cool! Ey, ich bin rausgekommen! Der Hüpfle, ey! Ich hab direkt geschossen! Vor allen Dingen hat Jay auch gleichzeitig auf dich geschossen. Vielleicht hat dich das Unterbewusst auch nochmal getriggert. Ach so, ja, auf mich hat jemand geschossen deswegen... Ja, ja, genau! Der Schuss kam auf dieser Richtung! Feuer! Das war nicht cool! Fässer! Oh nein, Bram! Bram hat mich... Ja, Bram ist es auch! Er hat danach noch einen Schuss auf mich gesetzt! Ist er tot? Entschuld? Er war in und wohl einfach noch erschießen! Witte! Er hat die Fässer neben Sepp explodieren lassen... Ich hab elf Leben! ...und hat dann noch auf mich geschossen! Also bist du es oder was? Ja, danke Peter, mach mich weg, komm! Was war da los, ey? Peter guckt schon so gierig! Ich bin jetzt auch noch vergiftet worden! Ich glaube, Sepp ist gerade tatsächlich gestorben! Ist gerade umgefallen! Oh! Daniel, ich hab mich auf dich geschossen! Ja! Was? Ich hab auf die Fässer hinter dir geschossen! Was genau hinter mir war! Ja, gut! Das macht's besser! Nein! Die waren überhaupt nicht hinter dir! Die sind beide hochgegangen! Du hast keinen Schaden gekriegt! So weit waren die von dir weg! Ey, der Schuss ist so knapp an meinem Kopf vorbeigeflogen! Christian war eine super runde! Die Fässer hinter dir sind explodiert und du hast null Damage gekriegt! Ich hab richtig dumm geguckt! Ich hab richtig dumm geguckt, als du sagst, der schießt jetzt auf mich! Ich so, wie? Du hast genau an meinem Kopf vorbeigeflogen! Ja, aber nicht auf dich! Ich hab auf die Fässer hinter dir geschossen! Damit die keiner gegen dich verwendet! Ja, deshalb hast du mich weggeschossen! Ja, ich hab gesagt, dass ich auf die Fässer schieß! Ja, ach so! Also später hätte ich das irgendwie durchgehen lassen, aber als Innocenter! Ich hätte dich sogar nicht erschossen, wenn das das einzige gewesen wäre! Ich hab sogar 5 Sekunden vorher noch gesagt, Achtung Fass! Das war ja für mich auch okay! Nee! Aber der Schuss da selbst war nicht okay! Dann da BAM Junge! Da ist einer! Der hat Dalu gemacht! LOL! Ich bin voll der Idiot! Ist das denn fucking ernst jetzt?! Peter! Peter! Sag doch mal wo du bist! Nee! Wir sehen nicht! Better Room! Wir sind im Traitor Room! Okay! Alter, was war das denn bitte für eine geile Runde? Alter! Also die war echt seit langem mal eine Runde, wo ich sag... Alter! War das geil! Richtig coole Runde tatsächlich! Vielen Dank für die Zuschauen! Danke Dalu! Du bist gut gespielt! Tschüss! Ein bisschen Punkte! Ich weiß einfach wie du zwei gewonnen hast ey! Der ist ja da drin! Ja, komm Seb! Warum wirfst du ne Granate? Warum wirfst du ne Granate? Bram! Warum wirfst du zu mir ne Granate? Ach ja stell dich das an! Ja, bist du schon wieder Trigger? Bist du schon wieder Traitor? Ich hab halt Dalu, weil ich jetzt nicht leben! Loll! Wer hat grad die Steine! Dalu? Tja dir! Wollen die Steine! Was? Was? Dalu hat er hingeguckt in die Richtung! Nein! Ich will grad was von Jay hören! Loll! Sepp war Traitor! Hast du Sepp getötet? Nein! Sepp! Der ist von den Steinen überrollt worden! Der hat sich nicht im Ernst selbst damit überrollt! Ich weiß nicht! Wait! Dalu! Hau ab! Also Dalu hat Minuswitz den Punkt! Ja, Sepp hat sich von den Steinen überrollen lassen! Ach so, weil ich da stand die ganze Zeit Dalu! Und du aktivierst die, obwohl da kein anderer war außer mir! Bram war da! Bram war da! Der war voll weit weg! Der war an dem Tower! Ja, das war voll geil! Weißt du, wenn ich helfe Sepp brauchst, sonst zappet der! Die kommen die Steine! Die kommen die Steine! Dalu, ehrlich! Ich hätte auch nicht gedacht, dass man sich als Traitor auf ne Traitorfalle stellt! Das macht man ja auch nicht! Ja, stimmt Dalu! Stimmt! Das ist voll dumm! Mein Heuschrecker! Ey! Ihr miesen, Peter! Du kommst hier in das Haus rein, da liegen da Waffen! Zwei Leute! Einer kommt durchs Fenster! Der andere auch! Verlebt sich die Waffen! Respekt! Respekt Dalu! Da kannst du nicht mit rechnen, wenn sich ein Traitor auf die Traitorfalle steht! Was ist los, Peter? Willst du das Spiel spielen, oder was? Ja, das Spiel ist halt vorbei! Christian, du musst dann ja der andere sein, ne? Oh, ich hör Poison Pete! Peter ist vergiftet! Poison Pete ist vergiftet! Also entweder Jay oder Christian sind dann noch der letzten Lars! Und snipe mit der Poison Gun! Oh man! Ja, ich bin vergiftet! Ich werde auch irgendwann sterben! Wer ist immer noch an der Mühle rechts? Oh, guck mal, da kommt er! Bitteschön! Wir haben immer geguckt, was du sagst! Nein, nein, nein! Ich will nicht dich da eigentlich runterschauen! Peter! Was ist denn jetzt passiert? Hier oben passiert! Hier oben passiert, ne? Peter hat Bram gerade mit der Chroma runtergestorben! Es ist Peter! Ich sag dir, es ist schon wieder Peter! Ja, ja! Peter lebt aber noch! Kann ich dich hier oben runterschubsen? Peter kommt zu mir! Peter kommt zu mir! Ist Bram hier irgendwo gestorben? Wo ist denn Jay? Jay ist bei mir und Peter! Oh, Bram hatte nicht überlebt! Bram hat schon! Hast du ihn einfach so random gekillt und dann war Trader? Nein! Jetzt ist er wieder getriggert! Jetzt kommen wieder hier alle gegen Bram! Dennis? Jay, sag mal nochmal was! Wie bist du hier hochgebrochen? Ich stehe schon länger! Hätte ich noch weg! Abgebrochen! Was hast du gesagt, Dennis? Du bist schon tot, oder? Nee! Noch nicht! Aber wenn du willst, kannst du sofort umfallen! Ja, du hast einen Shotgun, dann mach ich eh direkt weg! Mach ich auch! Mit einem Lucky Headshot! Während du dich dann wieder aufregst! Ja, mach ich manchmal! Die Shotgun ist schon manchmal echt OP! Oh, hier liegt ne Leiche! Oh je! Dann kam Christian, dann hätte ich schon lange schießen! Ich hab extra gewarnt, bis Bram seinen Satz zu Ende bringt mit dem Lucky Headshot! Und dann zack! Ja, und dann drückst du mir ein! Ich hab auch dir zwei dicke Stinkefinger in die Kamera gehalten! Aber ich mein Jay halt cool! Weißt du so! Dalu und Peter schon wieder fighten, ja? Chris ist es! Das ist doch geil, ey! Das ist alles abgelaufen dann zu dem Zeitpunkt! Mach dir weg! Fuck, ey! Schade! Nur einmal gedrückt! Sepp, den Jay hat er nicht gekriegt da oben, ey! Hast du extra gewarnt, Christian will ich das lesen? Ja, natürlich! Ich hab nur Peter zitiert, hallo! Fuck, ey! Dalu hat echt ne ganz schön... Christian will ich das lesen, ne? Ich geh auch da runter! Jeder? Jeder! Nein! Ich hab Peter getötet! Nein! Ich hab Peter getötet! Das ist der andere! Nein! Ich hab Christian getötet! Fick dich! Sepp ist der andere! Sepp! 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 Ich bin's nicht! Ich... Boah! Was war ich halt da, du Allah? Oh, egal! Hey, alle! Komm! Ich bin's verarscht! Alter! Jeder der andere! Alle kommen hier um die Ecke und schießen auf mich! Wollt ihr mich jetzt komplett verarschen? Das ist jetzt nicht euer scheiß Ernst! Das ist jetzt nicht euer verfickter Scheiß Ernst! Ach, komm schon, ey! Ey, Bram, wollen wir Traitor-Tester machen? Können wir uns Traitor-Tester machen? Ich glaub nämlich, ich bin Innozent! Ich bin mir noch nicht so sicher, ob die anderen mir das glauben, die noch tot hier rumliegen! Nachdem ich alle getötet hab! Komm, Bram, ich mein Ace, kommt zu mir! Ich weiß nicht mal, wo du bist, ich glaub immer noch unten durch die Katakomben! Ja, das ist gut! Oh, Bram! Ich weiß tatsächlich nicht, wo die sind! Das ist der Scheiß Ernst! Ja, was soll ich machen! Oh, da bist du! Genau, und jetzt, wo ich hoch will! Das ist so ein Scherz! Oh Mann! Jetzt, wo ich hochgehe, kommt der da runter oder was? Der ist doch nicht schlecht geworden! Nicht schlecht! Das haben wir alle weggemacht! Alle kamen schießend um die Ecke! Hat genau geklappt, weil ich vorher einfach... Sepp war doch safe gewesen! Sepp wurde von Christian angeschossen! Als du Sepp abgeschossen hast, dachte ich, okay, du bist der Ande! Oh Gott! Wie lange brauchten die Holy eigentlich? Der männliche Schrei! Das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Ja, wo ist er? Nein, das ist nicht gut! Nein! Oh scheiße! Meine, ihr habt nur nen Kackdiegel! Wie geil war das denn? Achso, um den rumrennen und dann im Kreis! Oh, da hatte ich die Crowbar kurz in der Hand! Scheiße, egal! Oh lol! Entschuldigung! Im Hauptraum ist einer tot! Ich hab gerade aus Versehen... Ich hab mich mega erschrocken, weil ich kam aus der Anwachskabine raus und auf einmal sehe ich rechts ne Waffe und drehe mich da oben und schieße! Kommst du da in Ruhe da oder was ist da los, Dalu? Ja, ich stand einfach nur da oben, der Junge! Ich hab auf Christian geachtet, der da unten ist! Christian ist glaube ich... Ich gebe... 30% Also ich hab leider Sepp gemacht! 30% auf wen?! Hinter dir! Dalu! Alter, was macht ihr da?! Ich bin der, den Traitor gemacht hat! Hinter dir! Vorsicht! Oh mein Gott! Bram, komm! Wollt ihr mich verarschen?! Der ist auf mich zugelaufen wie so ein Zombie, da musste der mal kurz weg! Habe ich Peter jetzt? Ja, mach mal Peter weg! Ich glaube, er pedert ist! Peter und Christian sollen sich duelieren! Was ist denn, wenn Bram aus Versehen seinen Traitor-Kollegen will? Ja, er hätte ihn auch wiederbelebt! Warte, keine... Oh, geht! Jetzt ist er tot! Leute! Alter! Oh Gott, was ist denn los? Christian, wieso bist du denn schon tot?! Weil ich in der Infantry von Bram gestorben bin! Nice! Punkte! 70! Alter, nein! Zweiter! Das gibt's nicht, ey! Nichts, ey! Nichts, ey! Nichts, ey! Nichts, ey! Das hab ich auch schon... So weit war ich auch schon mal! Oh, 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 oh! Hab ich nicht! Ach doch! Christian schließt auf mich! Christian, confirm mal bitte! Dann kann ich dich besser abschließen! Oh, ne! Muss ich mal weg! Ne, du bleibst hier! Ne, du bleibst hier! Okay! Wer ist der andere? Der ist dann ruhig! Da du wärst dann ruhig! Sepp hat nix gemacht! Ich bin hier hinten! Wo hast du denn Peter hingeschmissen? Wo hast du denn Peter hingeschmissen? Hehehehe! Hahahaha! Hahahaha Hahahaha! Hahahaha! Gomm mit, Peter! Wolltest du jetzt hier oben draufnehmen? Bange es... Auf die Planke mit ihm! Nonno! Jetzt muss... Er bleibt! Leck mich aber an. Peter ist der König der Welt. Peter ist jetzt so ein richtiger Leonardo gerade. Guck mal, das brav. Jetzt kann man ja endlich mal machen. Alter, diese Meme ist so unfassbar. Leut, geht der Kühlschrank nach innen aus? Geht's jetzt los Christian? Du nicht, Jay. Du mieser Mixer. Nice one, Brahman. Dieser Kühlschrank ist faszinierend. Jetzt geht's los. Ich möchte gerne einen Bug melden. Ich bin Inno, Jay war Traitor. Ja, hab ich gelesen. Kühlschranktüren gehen nach innen auf. Kühlschranktüren gehen nach innen auf? Ist doch normal, oder nicht? Ja, nach innen. Ist doch normal. Erhöht sich das Volumen vom Kühlschrank. Du musst dann deine Sachen so reinlegen, dass der Deckel da nicht... Jay, ich frag mich ja grad tatsächlich, ob Dalu absichtlich dafür gesorgt hat, dass ich nochmal an dir vorbei laufe. Jay, du musst doch groß und stark werden. So, jetzt, jawoll. Komm schon. Ist er hier? Da! Moment, noch einen kleinen Schlürp. Oh, ich hab's gerade gehört. Meier. So. Boah, jetzt hat er sich einfach über die Teller drüber gelegt. Jetzt mag das doch gar keiner mehr essen. Kann man den Kühlschrank eigentlich aufmachen? LOL, können wir... Das tut mir leid. Das tut mir leid. Hast du jetzt jemanden getötet, Dennis? Ich hab'n Jay's Mail Launcher gehabt und hab'n... Und du hast ihn wieder weggemacht? Peter hat grad geguckt und dann hab'n ich den weggemacht. Dann sind wir da noch Sipp oder Dalu. Okay. Macht nix. Komm, kriegst du auch ein bisschen so. Machen wir die Tür wieder zu? Moment. Alles klar. Moment. Ja. Ja. Schön mit dem Kopf rein. Moment. Nicht so gierig, Peter. Ich hab' das schon lange nicht mehr gehört. Kannst du sagen, was Sipptart ist? Weiß der gerade in die Kante? Ja. Alter! Nein, nicht schreiben. Peter wants the D. Einmal D, bitte. Das verstehe ich demnächst im Restaurant. Einmal das D, bitte. Aber geht nur beim Männlichen. Der hat schon noch nicht gezielt, hab' ich schon gesehen. Der hat schon noch nicht gezielt, hab' ich schon gesehen. Der hat noch nicht auf dich gezielt. Ja, 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 ja. Hast du wohl. Nio, nio. Der hat mir tatsächlich total geil, die ganze Zeit Inno-Set zu spielen. Da müssen wir in der Shotgun nicht irgendwo hinkriegen können. Was ist denn daran geiler, hier Inno-Set zu sein? Jay ist schon immer wieder weg. Vielen Dank. Für die Blumen. Für die Blumen. Aber er ist nicht weit weg. Ich weiß. Das ist korrekt. Oh. 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 Oh, guter Schuss, Bram. Mann, wenn du den geholt hast. Einfach eiskalt, der Christian gewesen, ey. Ich hab dich gar nicht mal gesehen. Die Runde ist doch nicht vorbei. Jay lebt wieder, ey. Boah, ey. Alle reden und lachen. Ich kam gerade aus der Küche. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Oder Jay. Darl oder Jay. Nein, ich glaube in dem Fall war es wirklich Jay. Bullshit. Ich wurde auch noch beschossen mit einer Mel. Das bin ich! Du hast ihn. Wieso kommst du denn dann noch hinter mir her, wenn ich hier zweimal beschossen werde? Fuck die Shit, sorry, aber ich sehe sowieso nichts. Warte, warte, warte. Lemmy's Invoke ist dir das neue geile Shit. Fraffes Tod. Nein, der ist nicht tot, oder? Hat er es doch geschafft? Ich weiß es nicht. Das hat er vorher geschlagen. Ich geh kurz identifizieren. Lebt der noch? Er hat vorher geschlagen. Nein, der ist tot. Der ist tot. Er hat vorher geschlagen. Was ist passiert? Er hat ihn einfach vorher geschlagen. Ich hab den einfach mit dem... Ich hab den mit der Crowbar immer weitergehen, Abgrund geschlagen. Und dann hab ich den bei einer Sekunde geschlagen, sodass er aus der Preparing Phase in der Luft gekommen ist und ist und dann ist weiter aufgeplumpst. Sehr geil. Also ich bin nicht... Ich bin übrigens nicht innocent. Also offiziell. Ich bin nicht proven innocent. Ich bin nicht proven innocent. Ich bin nicht proven innocent. Js Traitor hat sein Kollege gemacht. Nein, 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 nein. Ich bin nicht proven innocent. versprochen wenn du mit mir traiter bist ja was kannst du dann eigentlich großartig machen wenn jay alle namen sagt und bram dann denkt ja ok daluk hat wie es gewesen ist christian erster ich bin zwei oder sexysel dritter wenn ich später bin und dir nicht dann riecht er dann auf 20 km entfernung wenn er selber später ist ja ich hab leider niemanden wirklich like da lasst ein Video gerne teilen auf social media haut rein egal steht hier bis Ende tschau tschau tschau